So, weiter geht's mit Let's Play Kofik 2, die Nacht des Raben in der 103. Folge, genau, haha, gut, in einer neuen Aufnahme auch noch, darum guck ich nochmal ganz kurz ins Tagebuch, aber die letzte Aufnahme war gestern, na gut, nochmal für andere Leute, die die letzten Folgen nicht gesehen haben, wir sind jetzt hier bei Yarkenthar oder auf der Insel Yarkenthar, oder kann man Insel sagen, eigentlich eher Gebiet, oder? Ja, hm, weil die, hier ist das eine Insel, das sieht hier eher nur aus wie eine Küste, weil es kann ja sein, dass hier rechts unten so Innenland ist und so, naja, wie gesagt, der Strand im Norden, genau, da müssen wir noch in diese Höhle, aber da ist ein Schattenläufer drin, naja, das gibt es auf dem Trocknen, da müssen wir, genau, 20 Flaschen Krok. Verloren. Ich muss mich nochmal kurz anders hinsetzen. So. Und dann war noch was, dieser Turm, der Turm, genau. Ein paar Banditen haben den Turm südlich des Piratenlagers besetzt und sich dort verschanzt. Henry will, dass ich die Banditen aus dem Turm vertreibe. Ich soll es mir, ich soll mir einen seiner Jungs mitnehmen. Einen seiner Jungs. Das ist nicht mein Problem. Hm. Wir könnten das machen, was haben wir hier? Pfanne. Ich bin ganz deiner Meinung. Wir könnten das jetzt machen, zum Turm gehen eigentlich, oder wo ist denn der südliche Strand? Schauen wir nochmal kurz auf die Map. Entweder hier kurz rumschwimmen. Hm. Schauen wir einfach mal. Oder rumlaufen. Oh oh, sind es Feuerwarane? Natürlich sind es Feuerwarane. Ich habe mir immer gedacht, in Gothic 1 waren auch Feuerwarane immer am Meer, an der Küste, am Strand. Warum sind Feuerwarane da beim Wasser? Würde es nicht viel besser passen, irgendwie bei so einer Lava-Landschaft? So, den schaffen wir auf jeden Fall, den Waran. Aber ich glaube, die Feuerwarane verbrennen uns einfach. Komm. Gehen wir mal ein bisschen zurück. So. Aber eigentlich müssten wir Eispfeile haben. Die haben wir doch gekauft. Der kommt gleich. Also könnte ich mir vorstellen, dass wir einfach mit Eispfeilen drei draufhauen und dass sie doch dann viel Schaden machen. Komm. So. Da riecht halt echt fast gar keinen Schaden an. So, jetzt ziehen wir mal bei denen. Das tue ich sind noch mehrere. Komm. Einer. Hallo. Na du. Komm her. Du drückst noch ein Waran. Oha, da brennt's schon. Oh, da riecht mir nicht viel aus. Aber eher. Sage ich doch. Okay. Irgendeine Rüstung vielleicht mit mehr Schutz gegen Feuer. Wir haben sowieso Drachenfeuer. Schutz vor Drachenfeuer. Null. Aber es ist doch kein Drachenfeuer. Ja. Gut, dann nehmen wir einfach irgendeinen Piraten mit. Ich würde den gerne mitnehmen. Aber der hat nur so'n Kackschwert. Oder können wir beide mitnehmen? Probieren wir's mal mit dem. Komm mit. Warum hat er nicht den anderen gefragt? Hey. Sag nichts. Du willst, dass ich mit dir die Bonditen platt mache. Du hast es erfasst. Warum fragst du nicht den Typen an der Säge? Ich? Hab keine Lust auf den ganzen Stress. Komm mit. Henry braucht einen von uns hier. Okay. Dann nehmen wir den. Der hat einfach die bessere Waffe. Mit so'n Zahnstocher von dem. Anderem. Können wir den auch wieder zurückschicken? Ja. Gut. Falls wir nämlich zu schwach sind. Schicken wir den einfach zurück. Kwanzenfleisch. Muschelfleisch. Wir hätten jetzt auch kurz pennen können. Da komm. Fressen wir halt kurz das Fleisch. So. Bist du bereit? Auf geht's. Das sind drei anscheinend. Schauen wir mal. Ah. Warum sind da solche Dinger noch? Ja super. Gut. Der Pirat scheint aber ziemlich gut zu sein. Wir sind auch ziemlich kacke. Feuerpfeil. Heißpfeil haben wir doch nur einen. Schau. So einer kommt. Okay. Die Armbrustschützen bleiben dort. Mistkerl. Wo bleibt das Mistkerl? Holen wir uns gleich. So. Wir helfen jetzt erstmal. Mist. Boah. Der hat noch einen Schlag vertragen. Und ich hab's falsch geladen. Und ich hab's falsch geladen. Wumsteh. Ist mit dir. Willst du nicht kämpfen? Soll mir recht sein. Ja. Es war's für dich. Penner. Okay. Ja. Ich verstehe. Mist. Och ne. Ich hasse es. Jetzt in den Tag kann ich ja. Danke. Ich kann sogar Sachen hier droppen. Komm lass mich weg. Red mit mir. Komm. Sprich mich an. Och. Warte. Vielleicht krieg ich ihn weg, wenn das eine Monster kommt. Wo hab ich jetzt mein... Achso. Mein Schwert hab ich weggemacht. Warte. Ist das anstrengend. So. Ja. Sprich mich halt einfach an. Dann wär das Ganze einfacher. Ich bin auch im Dialog mit dem. Warum greift das Ding auch nicht an, weil es... Och Mann. Ja gut. Was machen wir jetzt? Jetzt muss ich Goffi einfach beenden hier. Äh. Machen wir das einfach. Halt. Oh. Hier sind aber viele von denen. So. Schauen wir mal. So. Geht das einfach so? So. So. Wumms. Penner. Was? Hä? Warte mal. Wie sieht's aus? Quatsch mich nicht voll. Warum sagt er... Hä? Warum sagt er das so? So. Mikrobespferd. Naja. Das ist ja eigentlich... Nix vieles. Ich hab nachgedacht. Du bist ein Arschloch. Okay. So. Diesmal hat aber der Dialog funktioniert. mit Eschenbogen. Hm. Oh. Da benötigt aber viel Geschick. 53 zu wenig. So. 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 das sind die ich glaube allein habe ich keine chance gegen die oh ja der eine hat die einfach mehr diese weg gehauen kommt ich möchte raus ja gut ja gut rechts nicht links links rechts rechts mannessen schwefel und fisch da kommen wir nicht hin na gut gehen wir mal kurz pennen m 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 Hätte er sein können. Ach, da geht's. Direkt runter. Ach, super. Kommt man da rüber? Oder ist auf der anderen Seite auch noch eine Treppe beim anderen Turm? Uah, perfekt. Hier gäbe es auch einfach eine Treppe, okay. Hier ist irgendwas. Oder sind es die Dinger? Das ist eine Bandit, den habe ich noch nicht ausgenommen. Ah! Jetzt laden die sich da bei dem einen. Und wenn da drei sind, dann müssten hier nur noch... Müsst doch hier einer sein. Da ist er... Fang euch, Schrecke heißen die. Hoffentlich kommen jetzt keine von hinten. So. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Da war doch irgendwas. Heilpflanze. Ach, nein, Alter. Mann! Was ist denn heute los in dieser Folge? Ach. Boah. Weil ich das Ding aufgehoben hab und jetzt, ähm... Hier. Wenn ich das Ding aufhebe und ich war noch in der Animation drin, dann ist das Ding noch direkt auf, ähm... Kopfweg starten. Weil das Spiel speichern ausgekraut ist. Und ich hau halt immer schnell auf die Tasten. Und dann ist halt der Regler direkt bei Kopfweg starten. Bums. Kruxow tot. Direkt auf Kopfweg starten. Weil man dann halt... Ähm... Ja. Speichern will. Und ich stein will. So. Wegen der Banditen im Turm. Ja? Sie sind erledigt. Gut. Ein Problem weniger. Gut. Dann haben wir diese Aufgabe immerhin gelöst in dieser Folge. Also, sehen wir uns einfach in der nächsten Folge wieder. Ich bedanke mich fürs Zugucken und, ja, hoffentlich bis zur nächsten Folge. Bis dann. Ciao. 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 Ciao.